Musik Hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich das Deutschzertifikat des Goethe-Institutes ist? So etwas wie A1, A2, B1, B2 oder C1, C2. Was diese Stufen bedeuten und welche du für was benötigst, erfährst du in diesem Video. Wer aus dem Ausland kommt und in Deutschland arbeiten oder studieren möchte, benötigt gute Sprachkenntnisse. Und die werden mit einem Zertifikat überprüft. Zum Beispiel, wenn du Medizin studieren möchtest oder eine Ausbildung zum Krankenpfleger machen möchtest. Es gibt verschiedene Anbieter von Deutschprüfungen. Am bekanntesten sind die Zertifikate vom Goethe-Institut. Aber es gibt auch andere. Die Prüfungen des Goethe-Instituts entsprechen den Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, auch GER genannt. Die Stufen gehen vom Anfänger A1 bis zum höchsten Niveau C2. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Stufe A1 – Elementare Sprachverwendung Verstehen und Anwenden von einfachen Sätzen, die konkrete Bedürfnisse zum Inhalt haben. So etwas wie, ich habe Durst, wo ist die Toilette? Und kann sich und andere vorstellen und leichte Fragen zur Person stellen und beantworten. Mein Name ist Lea, ich komme aus Indien. Ich gehe hier zur Schule. Wie heißt du? Und die Stufe A2 der elementaren Sprachverwendung? Verstehen und Anwenden von einfachen Ausdrücken und Sätzen in lebensnahen Situationen. Hast du Geschwister? Lebst du schon lange in Deutschland? Brauchst du noch einige Lebensmittel? Kann die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und andere Dinge beschreiben. Meine ganze Familie ist in Deutschland. Wir wohnen in Köln in einem großen Mietshaus. Dort ist es schön, aber sehr eng. Stufe B1 Selbstständige Sprachanwendung Versteht die Kernaussagen in der Standardsprache, wenn es um vertraute Dinge aus dem eigenen Umfeld geht. So etwas wie, nach dem Unterricht gehen wir mit Freunden ins Kino. Später treffen wir Elias zum Pizzaessen. Kann sich über vertraute Themen und Interessen äußern und über Ereignisse berichten. Kann auch Pläne und Ziele beschreiben. Nach der Schule möchte ich gerne eine Ausbildung zum Mechatroniker machen. Letztens habe ich einen Reifen gewechselt. Das war cool. Und Stufe B2 bei der selbstständigen Sprachanwendung ist noch etwas anspruchsvoller. Kann die Kernaussagen von komplexen Texten verstehen und Fachdiskussionen führen. Als Webdesigner muss ich die Grundzüge des Programmierens beherrschen, zumindest HTML. Kann Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten darlegen und sich klar und detailliert ausdrücken. Der Vorteil von WordPress ist, dass es enorm verbreitet und sehr anwenderfreundlich ist. Der Nachteil, sehr individuelle Webseiten sind schwer umzusetzen. B2 ist schon ziemlich gut und ziemlich anspruchsvoll. Du brauchst eine ganze Weile, bis du dieses Sprachniveau erlernt hast. Aber für einen Job in Deutschland ist das Sprachniveau B1 oder B2 erforderlich. Und dann gibt es noch die kompetente Sprachverwendung. Das sind die Stufen C1 und C2. Kann lange, schwierige Texte verstehen, sich spontan und fließend ausdrücken und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung anwenden. Das ist C1. Und die Königsdisziplin, also die schwierigste Stufe, kann praktisch alles mühelos verstehen, Quellen zusammenfassen, sich sehr genau und spontan ausdrücken und auch Details und Nuancen deutlich machen. Das ist C2. Wenn du dich für eine Deutschprüfung anmelden willst, vielleicht weil du studieren willst oder weil du eine Ausbildung machen willst, kannst du das beim Goethe-Institut tun, aber auch bei anderen Prüfungsstellen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück dabei. Das Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like und abonniere unseren Kanal. Hier kannst du sehr viel zum Thema Deutsch lernen mitnehmen. 0, 5. 0, 6. 0, zu 3. 00, 6. 0, 7. Untertitelung des ZDF, 2020